Guten Morgen! Heute ist Sonntag, der 20.09. Ich habe scheiße gebaut. Ich habe richtig scheiße gebaut. Ich wollte morgen meinen Rechter ein bisschen aufräumen, weil irgendwann irgendwer gemeckert hat, zu wenig Speicherplatz. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und löscht so Dateien und denkst, brauchst nicht mehr alte Filmdateien, brauchst du nicht mehr, brauchst nicht mehr, come back, come back, come back. Und irgendwie habe ich dabei Teile von Final Cut Pro gelöscht. Teile, die ich noch brauchte. Unter anderem die aktuellen Logs von gestern und von gestern. Ja, die Videodateien habe ich wieder. Was jetzt allerdings noch fehlt, ist der Abspann und die vordere Sequenz, die ich immer dran hatte. Ja, das ist natürlich scheiße. Und ich kann die auch nicht aus einem anderen Video einfach rausnehmen, weil dann wird ja immer die falsche Nummer um rechts stehen. Das hinten, das könnte ich rausnehmen, das wäre kein Problem. Naja, mal sehen, ich weiß noch nicht, was ich mache. Also die Dateien sind wieder da. Mit Blocknummer, ähm, weiß ich nicht, vom 18. irgendwas, wie vorgestern, war ich fertig mit dem Schneiden. Das hätte ich heute hochladen können. Jetzt muss ich das nochmal schneiden. Naja, wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Ich weiß nicht, ob heute noch was kommt. Ich sage schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.